Das Palais an der Oper. Modernste Büroflächen in einem historischen Ensemble an der Maximilianstraße. Münchens bester Adresse. Genießen Sie ein einzigartiges Ambiente. Geschmackvoll eingerichtete Büros für eine Stunde, einen Tag oder dauerhaft. Ganz nach Ihren Wünschen. Einfach buchen, sofort einziehen, exklusiv arbeiten. Ihr neues Büro im Herzen von München. Mit bester Verkehrsanbindung und eigener Tiefgarage. Sie sind viel unterwegs? Ein virtuelles Büro garantiert Ihnen ständige Erreichbarkeit mit allen Services. Buchen Sie ein Büro nur bei Bedarf. Ihre neue Geschäftsadresse Maximilianstraße 2. Sie suchen einen erstklassigen Rahmen für diskrete Besprechungen, repräsentative Konferenzen und erfolgreiche Seminare? Bis zu 50 Personen, stilvolles Mobiliar, modernste Technik, exklusives Katering. Elegante Büros auf Zeit, virtuelle Bürolösungen, ideale Konferenzmöglichkeiten. Das Palais an der Oper bietet Ihnen in jeder Hinsicht das Besondere. Besuchen Sie uns. Wir beraten Sie gerne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017